Aber natürlich probierst du irgendwie immer ready zu sein, wenn was passiert. Ich kannte das jetzt lange aus dem Verein nicht mehr, ich habe viele Spiele im Verein gemacht. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht der Spezialist dafür. Wie gesagt, man probiert auf den Einsatz zu brennen, zu warten. Wie Innenverteidiger, da ist ja immer so eine Sache, da wirst du ja... Eigentlich hast du ja keine Chance, eingewechselt zu werden, außer es passiert auf der Position was. Du liegst vielleicht am Schluss in Führung. Aber wie gesagt, du probierst immer ready zu sein, wenn es dann drauf ankommt, musst du da sein. Das habe ich jetzt auch probiert gegen die Schweiz. Das ist mir ganz gut gelungen und da war ich auch ganz happy drüber.